Moin liebe Angelfreunde und herzlich willkommen zur heutigen Session. Ich war heute unterwegs, habe einen neuen Köder getestet, Beifänger frei, ja. Was gibt es zu diesem Köder zu sagen? Es ist ein Pilker, ähnlich dem Jigmeister, ähnlich dem Flurispilk, ähnlich dem Kriegerfischhunter, die man bereits kennt. Ich persönlich habe ihn bisher noch nicht verwendet, auch noch nicht vertiefen können. Was damit nun so fangbar ist, was sich damit fangen lässt. Ich zeige euch mal das Setup. So sieht es aus, wie gesagt, ohne Beifänger. Wir haben hier drauf ein 60 Kilo Equipment, einen Kraken Solve Pilk 215, basierend auf der Grammzahl. Der ist ausgestattet mit einem Standard 4.0er Haken. So sieht er aus. Da steht nochmal schön im Schriftzug Kraken oben dran. Und dieser ist dann zusätzlich ausgestattet mit einem Megaraptor 6.0er Haken, einer weißen Perle, einem Lint-Scolored Octopus 21.02 in weiß, sowie einem kleinen Köhlerfilet. Die Idee zu diesem Setup stammt übrigens von meinem Zuschauer Cricks1989. An der Stelle vielen Dank für die Inspiration, die du uns hier gibst. Und mit diesem Köder waren wir heute unterwegs auf der 75-Meter-Stelle. Das, was aussieht wie so ein kleines Dino-Nugget. Wer die Dino-Nuggets kennt, die sehen so ähnlich aus. Genau, auf der 75-Meter-Stelle waren wir unterwegs. Und ja, was damit grundsätzlich erstmal gefangen worden ist, schon waren unter anderem Seehecht-Trophys. Wir haben uns auch auf den Weg dort hochgemacht. Vielleicht eine Anmerkung, die ich schon vorab gerne tätigen möchte. Dieser Köder, den wir hier verwenden, ist relativ leicht mit seinen 215 Gramm. Das ist mir während der Session ebenfalls aufgefallen, dadurch, dass es eben sehr langsam auf 75 Meter abgesunken ist. Am Grund selber ging es relativ gut mit den Bisten vorwärts, aber der Weg nach unten ist tatsächlich ein etwas anstrengender, etwas langatmiger. Und in diesem Zusammenhang, falls ihr möchtet, testet es doch auch gerne mal mit den etwas schwereren Varianten, dieses SolvePilg in 350, 500, 750 oder 1000 Gramm. Diese Varianten gibt es außerdem noch. Vielleicht habt ihr ja damit auch noch gute Erfahrungen. Jetzt werde ich auf jeden Fall erstmal mit euch meine Fangergebnisse teilen, in einer kleinen Kurzzusammenfassung. Und ich hoffe, es wird euch Spaß machen. Film ab! Und stopp. Wie soll das gehen? Gut. mir fällt gerade auf moment ist es nicht so clever bin gerade in der ebbe phase wir müssen also doch ein stückchen weiter nach westen so und stopp das reicht denke ich jetzt aber gut na dann jetzt wo wir angekommen sind nach mehreren versuchen können wir dann denke ich mal loslegen ansatz für beifänger freien mit weißen elementen mit köhler filet stückchen starten wir einfach mal und gucken uns an wie der sich hier so schlägt und da haben wir den ersten bis na dann gucken wir uns doch mal an was da hochkommt so letzten zehn meter jetzt wissen wir gleich was da unten ran gegangen ist unser erster fisch für die session ist ein gestreifter seewolf mit 2,3 kilogramm namen moin das sieht doch gut aus schön direkt in den setzkescher damit kann man eine session anfangen würde ich sagen der sieht nicht verkehrt aus dann wollen wir das mal weiter voranbringen hier das ist ausbaufähig ich hoffe dass wir da noch schöne fische erwischen werden ich bin vor allem gespannt was der solvpilk noch so leistet ob der eventuell in der sinkphase noch ein paar schöne sachen ran bringt das werden wir rausfinden und da haben wir einen guten bis leute das wirkt vielversprechend das sieht super aus oder sieht richtig gut aus da ist was dran das hat ein bisschen mehr power wir gehen mal gerade gehen wir gerade in die heiße phase rein da macht er sich schwer wahnsinn aufregend bin gespannt was wir da dran haben oder ob es ein kabeljau ist es wäre im normalfall meine erste an mein erster ansatz was ich sagen kann ist es ist ein kabeljau ich habe gerade mal geschaut die silhouette ist klar erkennbar da unten haben wir definitiv eine sehr zerrumpfte schwanzflosse das ist definitiv vier kabeljau dann komm mal her ist auch gar nicht so klein der kollege wenn man sich den mal anschaut 21 kilo hat man gemerkt auf jeden fall die hat man gemerkt oh da ist was gegen das boot ein wittling mit 600 gramm na das ist doch auch schon mal nicht verkehrt auch auf den solf pilg kann man mal mitnehmen würde ich sagen nun was ist es weder das eine noch das andere wir kriegen ein seehecht mit 1,7 kilo auch gut auch gut sehr gut sogar 16 minuten sieben fische ja dauert halt seine zeit bis der solf pilg unten ankommt beziehungsweise zwischendurch dann mal ein paar makrelen drauf müssen wir halt mal schauen aber so grundsätzlich ja bisschen was geht drauf so was kommt da da gibt es einen gestreiften mit 2,7 kilo ok 21 minuten acht fische davon drei makrelen aber vielseitig wieder mal sehr vielseitig der spot interessante fische dabei da ist wieder was der nächste kandidat na was bist du ein seehecht mit 3,9 kilogramm ja das sieht gut aus der nächste und ein ganz große auch noch sehr schön man sagte mir hier soll es die trophy geben wir gucken weiter das sieht vielversprechend aus auf jeden fall das sollten wir nicht so schnell liegen lassen das einzige was halt echt ein krampf ist ist die wartezeit bis der solf pilg unten ankommt aber das müssen wir halt eingehen dafür testen wir den jetzt und ich will ehrlich mit euch sein so schlecht fängt er gar nicht also sind einige spannende fische durchaus mit dabei müssen halt gucken wie sich das weiterentwickelt noch also ich sag mal so man kann natürlich jetzt hier den solf pilg 215 verwenden und damit sein glück versuchen aber für diejenigen die schon ein bisschen mehr gewicht traglast auf die route packen können würde ich tatsächlich dann nahe legen macht es so weil wie gesagt ansonsten dauert das doch sehr sehr lange bis dahin ankommt reicht ja vielleicht schon ein oder zwei stufen höher zu gehen es muss ja nicht immer das größte vom größten sein aber einfach dass es ein ticken schneller unten ist und ich sag mal so bis sie kommen ja auch dann noch rein so ist es ja nicht ich meine auf den kleinen hier haben wir schon sehr viel interessantes mit dabei aber wie gesagt da die wartezeit relativ hoch ist da wenig in der sinkphase bis gar nichts geht ist schon schwieriger nichtsdestotrotz bisher tolle fische der rest den man anpassen möchte ist dann so ein bisschen nach persönlichem ermessen auch möglich oder nicht möglich muss man mal schauen und da kommt der nächste seehecht wieder einer mit 900 gramm und es damit auch maßig also die sind da unten die sind da unten leute da kommt shellfisch ach gut ja der hat natürlich seinen widerstand das ist klar ist auch der erste jetzt gerade hier in dem kescher der shellfisch so so der also auch na gut das ist doch manchmal auch mal dazwischen so ein shellfisch ja rückensegel quer gestellt und er kann auch relativ gut druck aufbauen das macht natürlich im ersten moment immer erstmal hoffnung dass da irgendwas richtig cooles dann einsteigt oder wir nehmen den der im solvepick absink modus reingegangen ist das fühlt sich jetzt wieder sehr stark richtung köhler an gucken wir uns das mal an nehme ich auf jeden fall sehr gerne mit wird wohl ein kühler sein nehme ich mal an sogar ein steinkühler tatsache 8,8 kilo freunde das geht auch größer da fehlt nicht mehr viel also offensichtlich haben wir hier nicht nur potenzial auf die trophie beim seehecht sondern eventuell sogar beim steinkühler spontan im absinken modus guck mal einer guck da 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 zack wittling ist es geworden wie angeschätzt aber nicht ganz das kilo sondern 700 gramm nichtsdestotrotz schöner fisch gutes ergebnis für die art von kraft die hier gewirkt hat also das war in ordnung und bis jawoll der ist gut der bis wenn das ein seehecht ist dann hat er bestimmt fünf kilo kommen den holen wir uns jetzt den holen wir uns jetzt schön gemütlich raus das sieht ja wunderbar aus leute cool schöner druck hier auf der ange bleibt noch dran kumpel das sind noch 25 meter die schaffst du noch schöner gefleckter seewolf mit 4,7 kilo ja nehmen wir mit vielen dank das ist jetzt der zweite innerhalb von rund 40 minuten und wie gesagt ganz viel buntes dazwischen also ich bin da eigentlich ganz zufrieden mit dem kescher bisher ich denke mal diese drei makrilen da die waren aufgrund eines fischschwarms der durchgezogen ist zusammengekommen kann ich mir gut vorstellen weil danach und davor war ja nichts irgendwie so was haben wir denn bisher gezogen also seewölfe sind dabei makrelen sind dabei wittlinge sind dabei kühler sind dabei ok ich hoffe ich krieg nachts noch was schönes 53 minuten haben wir jetzt hier gestanden ich würde sagen sieben machen was noch und dann schickt er erst mal weil das dauert doch relativ lang bis der self pick unten ankommt eventuell teste ich morgen noch mal eine größere variante einem anderen spot mal gucken da da ist unser letzter abschluss fisch und der macht gut druck ja der macht sehr gut druck komme ich denn da rüber warte mal ich gehe mal auf die andere bootseite das sieht gut aus herrschaften sehr schön der macht sich gut schwer der kollege hier könnte natürlich auch nur ein shellfisch mit fünf kilo sein der sich oben quer stellt aber bisher sieht das eigentlich alles sehr vielversprechend aus was mag das da noch sein was da so auf 20 meter unter unserem boot heran gerudert kommt ich kann es euch nicht sagen aber ich hoffe ich werde es euch in zehn metern sagen können da haben wir was was kommt da ich sehe es nicht da doch da ein abschluss lump jawoll den kennen wir keine ahnung wo der herkommt die ganze zeit über keinem casher gehabt aber jetzt ein abschluss lump das ist doch mal ein wort der abschieds lump weißt du es ist es ist wie so ein gutes omen du hast alles mögliche im kescher nie ein lump gefangen aber der letzte fisch der session da ist ein abschluss lump drin geil ja auch die muss es geben so na dann einmal zurück würde ich sagen also wir haben da jetzt mal bei finger frei ein bisschen was probiert und ja nun was soll ich euch sagen bisher ist das ergebnis ganz nett wir haben jetzt 20 fische in der stunde macht ungefähr alle drei minuten ein fisch es ist ein buntes gemixtes ja ein es ist eine bunt gemixte mischung wir haben also ein bisschen was makrenhaftes dabei die seehechte waren ganz spannend genauso die seewölfe aber allerdings alles eher in so einem rahmen ist okay aber nicht so riesig kann also noch kommen wir standen jetzt wie gesagt mit dem sorfisk ist der sorfisk warte mal schnell gucken mit dem solfpilg entschuldigung mit dem solfpilg 215 der hat natürlich relativ lang nach unten gebraucht und gerade wenn man eben auf 75 metern unterwegs ist kann das schon ein bisschen dauern insofern ich gehe mal davon aus dass wir wenn wir den ein bisschen schwerer wählen auch schneller unten ankommen natürlich und vielleicht auch den einen oder anderen guten fisch dazwischen noch kriegen ja auf jeden fall schauen wir erstmal in den fischmarkt rein der braucht immer noch der braucht immer noch darf ich jetzt mal leute wir dürfen nicht verkaufen anderes gebäude auch nicht doch da jetzt müsste der auch gehen ja ok notfalls guckt euch ein anderes gebäude an wenn er wenn der fischmarkt noch nicht offen hat macht er den wind das window shopping woanders so wir gucken nach preisen wir haben 82 silber für die 21 kilo kabeljau erhalten das ist gut 8,8 kilo steinkühler sind auch noch mal 72 silber dann geht es schon weiter mit 53 für einen gefleckten seewolf ok 3,9 kilo sehr 14 41 silber dann der wittling mit 700 gramm sind 26 noch mal gefleckter seewolf 26 und so weiter und so fort in summe auf eine stunde kommen wir überraschung auf 470 silber knapp das ist tatsächlich okay für bei finger frei auch wenn ich ehrlich sagen muss es kommt einem ein bisschen länger vor alles aber dafür können die fische deutlich sich sehen lassen ja also fazit an der stelle vielleicht versucht er ist tatsächlich mit einem solvpilg in der konstellation wie ihr sie gesehen habt oder ihr geht halt ein ticken schwerer nehmt die nächst schwerere stufe wir können ja gerade mal schauen was es dabei solvpilg noch so im angebot gibt dafür auf kunstköder dann pilger und dann haben wir hier verschiedene varianten solvpilg 250 gibt es zb in warte mal hatten wir 215 jetzt drauf ich muss gerade noch mal gucken 215 aha warte mal ich mach das mal anders wir können das ja auch direkt hier oben eingeben okay das ist lustig da steht 250 aber da ist 215 muss ich nicht verstehen oder okay ansonsten gibt es noch 350 da ist auch das drin was dran steht und wir haben solvpilg 500 da ist auch drin was dran steht nur hier vorne haben wir 250 und 215 ist drin verstehe wer will okay also man kann natürlich auch auf 350 oder 500 gramm gehen denke ich mal das einfach mal ausprobieren an der stelle ja genau genau wie gesagt nach oben kein limit außer das kilo dann noch mal dran kann man sich überlegen ob man das möchte auf jeden fall als option ist es denke ich zu empfehlen kann man mal ausprobieren so als bei fänger frei а ihr 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 young